Hier war's. Fasnet fällt aus. Fasnet fällt überhaupt nicht aus. Wir machen halt Fasnet halt ein bisschen anders. Und zwar laden wir euch ein zur Stube Fasnet Ullendorf. Das unterdrachen und zwar alle, schmücken ihre Stube, ziehen ihre Hässe und dann drehen wir mal daheim richtig zusammen durch. Live, virtuell, interaktiv. Prost! Zum Wohl!